So Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majosmas Part 75. Ich weiß jetzt, was es heute geht. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das bei dem lieben Tsugi Shumaru gesehen habe. Aber jetzt weiß ich endlich, wo es weitergeht. Das finde ich großartig. Und ich glaube, wir kommen da am schnellsten da lang hin. Ähm, ich überlege gerade so ganz genau, wie der Weg genauer ging. Also, nicht wundern. Ja, wir mussten in diesen Raum. In diesem Raum haben wir nämlich noch zwei Feen, die ihr hier seht, die wir uns holen sollten. Holen müssen wohl, ja. Und dafür müssen wir hier hoch. Dämmerung des letzten Tages. Es ist von weibem hier 24 Stunden, um den fucking Boss zu besiegen und dann weiterzukommen. So, ähm. Kurzer Ruckkla, okay. Okay. Also, eine Fee. Haben wir wie folgt. Bekommen wir wie folgt, sorry. Ähm, wir nehmen den Winterhaken und gehen da hin. Ich meine, wer soll da hochkommen, bitteschön. So. Einmal. Das hier wäre eine Fee. Eine vierte Fee. Dies ist Nummer 13. Nummer 14 bekommen wir gleich. Äh, bei Nummer 15 waren wir quasi schon mal. Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die, das ist so in etwa beim Anfangsraum da, wo dieses, ähm, Drehding ist, wo wir auch in die ganz anderen Gänge kommen. Äh, ja. Das machen wir auch gleich. Wir müssen jetzt aber erstmal kurz warten, bis dieses Plattform runtergekommen ist. Dankeschön. So. So. Äh. So. Und in, äh, diesen Raum haben wir uns schon, uns schon mal angeguckt, wo die letzte, äh, wo die letzte Fee in diesem Raum ist. Dafür brauchen wir die Eispfeile wieder, damit wir alles wieder anhalten können. Und den Enter haben. So. Damit wir da gleich perfekt hin können. So, ähm. Gut. Dann wollen wir doch mal hinten mit dem Anhalten. Zack. So. Eingefroren und dann können wir da rüber. Dann können wir hier lang, hier lang, da hatte ich mich schon überlegt, ob das nicht klappen würde, aber ich war mir nicht ganz so sicher. Aber irgendwie klappt das schon. Warum auch immer. Dann können wir hier hoch und greifhaken und an die Truhe. Und hier ist die letzte offizielle Fee. Eine Führerische Fee, dies ist Nummer 14. Und damit kriegen wir noch nochmal... ...Linke Star. So. Und ich frage mich gerade, warum ich da wieder runtergesprungen bin. Jetzt frage ich mich gerade echt. ...Egal. Machen wir, äh, klärten wir halt nochmal oben hin. Wusch, wusch. So. Und. Äh, knack. Ich werde heute auch nur ein Part aufnehmen. Äh, anders als gestern, wo ich, glaube ich, vier, fünf, äh, am Stück aufgenommen hab. Weil ich wollte diesen Tempel nur machen, wenn ich's schaffe. Ich bin halt nicht ganz in der Aufnahmefassung. Aber ich wollte das endlich mal abgeschossen haben. Und, äh, das ist eigentlich der einzige Grund gerade, ob ich keine Aufnahmefassung habe. Können wir ja schon mal die Eisweiler ausrüsten. So, klack, 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 und hoch da. Wir gehen diesen langen, schönen Weg lang. Und. Eisweil. 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 So, hoppa. Und. Hoppa. Hoppa. Da müssen wir nur noch, ähm. So, wir müssen wir nur da oben lang. Eifuil. Ei, äh, Feuerfeil. Eifuil. Und schießt du blödes Mist wieder unten, das mich angreifen wollte. So. Und voila. Und dann können wir zurückgehen und dann zum Anfang zurückgehen. Obwohl wir hätten uns auch ein bisschen leichter machen können. Ist aber jetzt egal. So. Und wieder raus hier. Ich bin falsch. Yeah. Verdammt, das hätte fast geklappt. Warum hätte das fast geklappt? So. Und geht's hier raus? Geht's hier? Geht's nicht raus. Leute, wir machen das doch wie vom... Ja. Machen wir es halt anders. Mit der lieben kleinen Song, Glied der Schwing. Ah, gut. Glied der Schwing. Glied der Schwing. Wir haben einen longing gespielt. Ja. Glied der Schwing. Glied der Schwing. Und die Schwing. So. Dann sind wir am Anfang wieder. Gehen hier durch. Gehen da hin. Gehen hier hoch. Ich bin nicht gerade, könnte man, ähm, eigentlich ohne, also wir brauchen glaube ich den, ähm, den ist nicht, den roten. Brauchen wir den? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Naja, auf jeden Fall machen wir erstmal das hier. Das war dumm. Jetzt muss ich irgendwie wieder rankommen an mein Land. Ich bin glaube ich so wie am Anfang gelandet, soweit ich, äh, da, 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 da. Klettern wir den, äh, klettern wir das Teil hier hoch. Und warten ein bisschen. Das war knapp. So, ah, ha, ha, ha. Wisch, wisch. Eisfail. Ich frag mich warum ich da nicht selber drauf bekomme für den am besten Part, aber egal. Oder vorletzten, ich weiß es gerade nicht genau. So. Dann gehen wir hier mal hoch. Und dahinter. Er wartet uns auch im Raum. Okay. So. Auf jeden Fall ist da ein, äh, äh, ist hier noch eine Fee. Muss ja, sonst wäre, äh, es ist ja die letzte. Und auf jeden Fall der letzte Schalter. Frag sich nur wo wir hochkommen. Wo kommen wir denn mal hoch? Ha. Ah. Irgendwie kommen wir da, glaube ich, oben hier lang, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. 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 Zack, 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 zack. das ist wenig brachte alle zum schlechtern lang die Geht das nicht? So geht's natürlich auch. Pfeile. Herzen. Okay. Und? Nein, ich habe nie gesehen, Link. Okay. Ich verstehe es gerade nicht ganz. Okay, doch, ich verstehe es. Wenn es nicht richtig ist. Yep. Okay. So, der letzte Schalter, würde ich sagen. So ein Tee, oder nicht? Hier ist eine Fäde drin, irgendwo. Aber nur wo, das ist hier die Frage. So, geh ich mal runter. Vielleicht in einen der Wagen. Stürzvater. Noch mal hinein. Warum ist hier überall Mana? Ich will keinen Mana. Okay. Das ist gar eine gute Frage, was hier. Wo es hier die Werte-Kiste gibt. Irgendwohm drauf wahrscheinlich. Ich denke, obendrauf müssen wir aber schnell sein. Weil ich denke, wir müssen damit den Link hoch. Dankeschön. Weil ich denke, dass wir da nur mit den Ice-Farmen irgendwie hinkommen. Noch mal wieder mal. Okay. Link ruft nach Dampfer. 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 Okay Leute. Damit würde ich sagen, wie können wir zum nächsten paar Partner um den Boss ich hoffe wir schauen an dieser Zeit. Ja, freut mich, dass ihr dabei wart. Link, kannst du ja bitte hoch. Das wäre, ich wäre dir dankbar, wenn du... Dankeschön. Dankeschön. Und noch da und dann können wir da rüber. Mann, ich verkack das. Mann, scheiße. Okay. Dann gehen wir dann nochmal hoch. Und noch einen zweiten Anlauf und dann hoffen wir, dass das in diesem Part alles klappt. Hoch da. Hoch da. Okay Leute. Ähm. Ich speichere hier gleich. Machen wir hier gleich den Zestet. Damit ich mir eventuell noch Feen oder sowas holen könnte. Danke. Ja Leute. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video von Let's Play The Legend. Ich bin der Matthäus Mast. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.